Am Hubschrauber schon vorbei? Ja, haben wir es gerade verpasst. Huch mal hinter euch. Dann halte ich hier einfach mal. Hinter der kaputten Scheune. Ah ja, ich weiß was du gesagt hast. Ja. Vorne höre ich auch ein... Oh doch von einem Hedgeback oder sowas. Ah, ich höre euch. Das ist doch richtig für dich mit ein paar Grey Knight Alpen. Nicht, dass ich wüsste. Oh, da kommt Infanterie. Er hat auch das Pfeifen gehört.